Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Batman Arkham Origins. Wir machen wieder weiter. Schon jetzt ein paar Tage haben wir hier aufgehört. Und ja, dann gehen wir da durch. Wir haben auf was uns hier erwartet. Ich bin gespannt. Okay. So geht's auch. Und erledischt. Ich bin gespannt. So. Also sind hier wieder ein paar Typen. Von Pinguinen. Das ist natürlich... na... Naja, was soll man erwarten? Au. Ey, nicht schlagen. Geht doch. So, war doch einfach. So, dann gehen wir mal weiter. Links oder rechts. Okay, gehen wir mal rechts lang. Okay. So, einmal hier durch. Einmal hier durch. Ich hoffe mal wir sind irgendwie richtig. So. So. Ah, da. Hallo Leute. Mal sehen was Pymel hier so macht. Oh Gott. So. Du lässt schön deine Kiste unten. Und erledischt. Sehr gut. War doch einfach. Mhm. So, einmal hier rüber. Und einmal hier rüber. Und einmal hier rüber. Okay. Einmal hier so ziehen. Ziehen. Und einmal hier rüber. Jetzt sieht es gut aus. Jetzt das runter tun. Komm schon. Super. Einmal hier hoch. Ja, also bis jetzt läuft es sehr gut. Alles wie geschmiert. Gehen wir mal hier hoch. Okay, dann können wir nicht rein. Gehen wir hier hoch. Dann schauen wir uns mal die Show mal an. So. Und öffnen wir das grad mal schnell. Und gehen hier mal schnell durch. Richtig unartig. Und er verdient ein angemessenes Willkommen. Oder Jungs? Du hast mir gerade ne Menge Ärger erspart Batman. Ich spreng dich um. Dann bring ich dein Herz wieder in Gang. Und bring dich nochmal um. Hm. Und da ist der Passkampf. Sieht wohl gut aus. Okay. Okay. Der Elektro-Kondition auch hier. Okay. Ich dachte es wäre jetzt ein Bosskampf. Aber das war einfach. Das war doch sehr einfach. Ich dachte es wäre jetzt ein richtiger Bosskampf. Aber das war ja grad gar nichts. Aber egal. Da sparen wir uns halt nur schnell die Zeit. So. Mal hier durch. Und wieder zusätzlich. Das läuft alles tadelos. Jetzt läuft alles tadellos. So. So, einmal hier durch. Und erledigt. Sehr gut. Aber an Traci kommst du nicht vorbei. Traci ist kein Problem. Okay. Ah, da müssen wir hin, okay. Gut zu wissen. Geh mal hier durch. Müssen wir jetzt unten lang oder oben lang? Ich weiß es nicht Leute. Aber wir gehen mal unten lang. Okay, ich denke wir sind tierisch. Was glaubt ihr, soll der Datten mit euch anstellen? Wo jetzt? Ah, da. Hä? Wo müssen wir denn jetzt lang? Warte mal. Hier durch. Ah, okay. Okay. Na, das tun wir doch, dass man da durch muss. Bin ich zufrieden. Einmal hier durch. Okay. Okay. Und dann mal hier hoch. Wo jetzt? Ah, da hin. Okay. Eigentlich wäre es besser anders da auszuschalten, aber... Oh, hey. Ich hab gerade 5.000 Typen von der Scheine gelegt. Und dann kommst du jetzt. Dann werden wir schnell hier durch. Ja. Einmal hier hören. Und erledigt. Jetzt brauche ich den Fedorang. Der... Okay. Ist doch ein bisschen schwieriger. Aber wohin? Hä? Wohin? Oh. Okay. Der Elektrocutioner. Geht Ihnen gut? Ja. Aber er konnte entkommen. Deine Handschuhe senden einen starken elektromagnetischen Impuls aus. Wenn du das Signal isolierst, kann ich ihn aufspüren. Ich mache mich an die Arbeit. Was werden Sie nun tun? Ich bin auf dem Weg zum Casino der Final Offer. Pinguins Assistentin wird mich zu ihrem Boss bringen müssen. Okay. Ähm, genau. Das müssen wir jetzt runterziehen. Einmal hier durch. Ah, okay, okay. Ich weiß das wie. Oder? Ich glaube, ich brauche das wieder. Jetzt brauche ich den fängestellten Fedorang wieder. Und dann muss ich das nach oben aktivieren. Sehr gut. Das war doch einfach. Das war super einfach gerade. Okay. Hier durch. Ich weiß nicht, ob ich da so hin konnte. Aber egal. Hauptsache wir haben es jetzt. So. Einmal hier durch. Und einmal hier raus. Und einmal hier raus. Ich denke, du solltest die Schnauze halten und das Geld einpacken. Aber das ist nicht so viel. Und dann haben wir schnell die anderen. Hast du von dem letzten gehört, der sowas versucht hat? Ich weiß es nicht mehr. Sehr gut. War einfach. Okay, machen wir die hier schon schnell erledigen. So. Au. So kommt Leute. So. Wir haben gleich alle. So. Du bist der Erste. Und du bist der Zweite. Kommt schon. Jetzt bist du dran. So. Und du bist down. Geht doch. Okay. Du bist jetzt doch ganz gut. So Leute. Ich würde sagen. Hier beende ich den Part. Ich hoffe es hat euch gefallen. Nächstes Part geht es dann weiter. Und dann gucken wir was uns dann dazu erwartet. Und ja. Wird es gefallen. Dann könnt ihr gerne. Da noch umgeben. Bis zum nächsten Mal von Batman Arkham Origins. von Joel S50.